Jo, komm wieder weg. Da drüben ist ein Meerschweinchen. Oh zür, wird gebrö... Warte mal kurz. Ich bin der weiße Hai. Dö-dum, 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 dö-dum-dö-dum. Ich geh rein, der ist... ...ich sieht hier die schlechte... Das ist Meerschweinchen in Ruhe. Ah, hier ist auch Meersch! Du hast das Meerschweinchen getötet, man. Du, Sadist! Wo ist das Fleisch hin? Das hast du in der Hand. Ich habe es gerade gefressen. Wollen wir mal wohin gehen? Anstatt hier rum zu planchen? Starten wir die Aufnahme am Spawn. Die läuft schon, aber egal, weil ich wollte das Meerschweinchen aufnehmen. Ach so, das hat es doch gleich. Sag mal, Holz holen. Neustart von vorne. Ich nehme den Baum, der sieht hübsch aus. Mach das. Trupel, was ist los? Nix. Wie ist da? Ey, nur zur Info, das weiße Holz nur als Feuerholz benutzen. Nicht verarbeiten oder so. Weil es brennt viel länger. Ich weiß. Ich weiß. Ähm, Trupel, du weißt ja, nichts Cheaten, ne? Wern Cheaten bitte? Nur Notfall Teleporten. Nur Notfall. Ja, falls du Stuckst oder so'n Scheiß. Wie Lukis letztens geschafft hat. Ja, ich wollte das ein schön fetter Baum, der gehört mir. Ich hab' ja auch schon einen schönen fetten Baum. Ich will gerade, wenn ich ihn aufzeigen, in der Hölle. Aufgezeichnete dir schick irgendwie auf irgendeine Art. Woah, what the fuck? Was war das? Ein Creeper. Alter, der hat mir vier Herzen abgezogen, der Wichser. Ich bin gemütlich am Holz abbauen auf einmal. Boom. Kann mir gerade sein. Alter, wir sind doch nicht in Japan, man. Hey, da. Ja. Ein Schein-Shop. Ja, guckst du. Ey, Jörg ist ne Höhle. Scheiß Baum, Alter. Jörg ist ne Höhle. Jörg ist ne Höhle. Jörg ist ne Höhle. Jörg ist ne Höhle. Find ich irgendwie Leute. Ja, ich, 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 ich komme zu dir, wo auch immer du gerade rumkommst. Ja, hey, Kohle. Ich suche einfach mal so'n riesen Schlagloch. Kohle ist wichtig. Aber ich hab' keine Steiner. Ja, ich hab' noch gar nix. Wir müssen erst Holz abbauen und damit unsere Sachen machen. Ich hab' schon mal ganz viel Holz. Ja, ich auch. Ich holz' den Baum hier ab und dann mach' ich Sachen draus. So sei' ihr denn. Ich hab' erstmal ne Crafting-Motriere. Ja, gut. Ich komm' gleich runter. Nachdem ich den Baum hier abgeholt hab, was noch dauern könnte. Wo's halt' ihr alle? Ich find' euch nicht mehr. Nach mehr von 64. Da. Da. Da war was. Mach' mal ein Waffen und Sachen aus. Ich seh' euch nicht mehr. Ich bin jetzt ganz oben auf dem obersten Berg. Ja, genau. Boah, ich warte direkt neben dir am Baum ab. Hey. Weißt du, wo der Creeper explodiert ist? Geht da einfach hin. Nein, weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht. Ich seh' den Namen. Komm' mal unter der Erde. Das ist ein Wiese. 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 Hä, wo bist du hier? Hier fehlt. Da kommt der jetzt in die Aufnahme rein. Ah, da ist er ja. Stimmt's. Wo bist du? Ich seh' dich nicht. Ah, ja. Hier. Na ja, da steht. Stör' nicht. Eiskalt. Ja, ist doch so. Holz. Funktioniere Holz. Heil. Voll den Nazis, ey. Ah, ist geil, ey. Holz verarbeiten. Warum mach ich das eigentlich in der Craftingbox? Voll überflüssig. Hm. Ich hab schon von jedem Werkzeug drei Stück. Gut, ne? Ich baue mir grad noch ne Hacke. Ich baue mir zuerst ein Schwert. Ich hab jetzt von jedem, äh, jetzt hab ich insgesamt von jedem Ding drei Stück. Ich mach zwei von jedem für mich, das lag erst mal. So, jetzt hab ich alles. So, ich hab jetzt auch alles. Ah, meine Sticks. Na, geht doch. Es wird dunkel, wir sollen uns mal einen Unterschlupf suchen. Ich würd die Sachen auf Stein machen. Wetter. Ja, ich hab' keinen Stein. Wir können die Höhle hier unten nehmen. Guck mal hier. Die Höhle nicht, Silber. Ja. Guck mal hier schon Silber. Ich brauch' erstmal eine Steinhacker um Silber überhaupt abbauen zu können. Das ist Eisen aber auch nicht. Oh, Lucky! Ah, wow, was war das denn? Du bist mir voll reingerannt. Ich bin doch hier am abbauen, Alter, voll krass am Werk, ey. Ja, ey. Der geht schon voll in die Höhle rein. Hat da keine Angst, der Bubel. Hast du eine Kohle? Hast du eine Kohle? Der mir schnell mal wird nicht gemacht. Ach, es ist dunkel hier, ey. Egal, ich baue einfach ab. Und was kommt, haue ich so einfach. Ja, ich hab' ein Holzschwert. Oh, ich seh' gar nix. Ich seh' genug. Du weißt, musst du wissen. Ich hab' auch nicht so einen guten Bildschirm wie du. Ich hab' auch nicht so einen guten, aber naja. Der einzige, den ich kenne, der einen halbwegs, der einen guten hat, ist XP. Der sieht im Dunkeln echt alles. Jetzt. Hier ist Kohle am Boden. Die sammle ich mal ein. Haufen Kohle sogar. Alter, Leute, kommt hier runter. Hier ist, ey, hier ist zentnerweise Kohle. Ich seh' gar nix. Rentnerweise. Zentnerweise. Ja, oder Rentnerweise. Ich sammle die Kohle, mach dann gleich ein paar Fackeln draus. Beziehungsweise jetzt. Ich hab' hier auch ne Menge. Alter, wo bin ich? Keine Angst. Ich hab' gleich ein paar Fackeln. Ich hab' jetzt 16 Fackeln, die plant ich jetzt für dich. Ah, kurz, okay. Ah! Ach, cool. Weg wieder Eisen hier, in der der Wand. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Ah, ich kann sich abbauen. Egal, es mach' mir nachher. Wo ist denn, wo denn, wo denn ein Eisen? Hier, wo ich bin. Über mir. Alter, ich komm' in Kohle geil. Du hattest grad' gelacht bei mir, ey. Bin den grad' am Eisen abbauen, ne? Ja. Ja. Ja, ich hab' noch keine Steinbeckte. Juhu, wir müssen da mal irgendwann ein Haus für uns bauen, oder für uns drei Halten. Wo ist eigentlich die Craftingkiste? Am Strand. Ja, genau. Wo ist die Craftingkiste eigentlich? Ja, oben. Ja. Ich hol's den mal runter. Ja. Hol dir einen runter. Ich hol die Craftingkiste runter. Ich hab' eine Fackel. Ich hör' irgendwas. Was war das? Ich hab' einen Creeper. Oh, nein, sie ist noch! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich konnte mir mal weggehen. Ich war noch aufgefangen, ey. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Mann ey! Wie soll ich jetzt noch Holz hacken? Ich muss mir gleich E-Werkzeug machen, weil meine am Kaputt gehen sind. ich baue hier mal vorsichtig die crafting box oben ab weg mir die du Vieh hat mich nicht gesehen zum Glück ey also jetzt muss nochmal triple vom creeper erwischt werden dann hat es alle einmal erwischt ich wurde doch einfach erwischt von deinen dort oben ach so der hat dich auch erwischt wo nur ein Leben wo nur ein Creeper ich hör noch ein Creeper Luki umdrehen aah lass ich mach den Höchst ich mach'n tot Vorsicht ouch ich hab noch ein Herz verloren aber ich baue mal schnell den Ofen ne gut ich mach ne Kiste ich mach uns ne Kiste ich mach'n Ofen ich hab schon einen Ofen ich hab genau genug Holz für zwei Kisten gehabt ich hab'n 64 Kostik und nochmal 20 ne 5 Holz aus dem mach'n ich jetzt Decken und noch eine Stacke so ich hab'n noch Feuerholz hier warte ich tu'n Feuerholz rein da ich benutze jetzt die Kohle zum Schmelzen wurs dann schmelz' mal hier lass' das Feuerholz drin das brennt schön lange ja dann nehmen wir schmelzen wir damit das Eisen bist du drauf so irgendwie Alter schock mich nicht permanent ich hab'n noch mal 14 Eisen reingepackt so ich hab'n jetzt genug Werkzeuge erstmal ich hab'n noch mal auf'n Holzwerkzeuge ich hab'n voll verschickelt ey ich benutze aber trotzdem erstmal Holzwerkzeuge ich tu' alles was ich nicht brauch' in die Kiste ja klar dann dauert das Eisen da raus ey ich nicht super vielleicht ist davon auch noch was für uns übrig oder so ich hab' noch neun Stücke Kohle in den anderen Ofen getan ich wollte nur dings äh genau so viel haben ja mobs dir das ganze Eisen her hier war schon so viel Eisen hier unten oder was ja ich hatte auch schon ich hatte neun Eisen oder sowas ich hab' kein einziges Eisen abgebaut bis jetzt nehm' ich mir jetzt einfach raus da oder wieviel Eisen ich auch immer da hatte gerade ist doch sowieso alles für jeden wir teilen uns eh alles ich tu' die Kohle einfach in den Ofen rein ja ich bin extra weit außen rum gelaufen ja ich hab' nur oben gehackt man jetzt hab' ich drei Herzen alles wegen Creeper und Friendly Fire Fire vor allen Dingen mach' mal den Dreck hier weg Vorsicht okay du weißt ja wenns der Freidruck siehst ja wo die Viecher sind ne ja ich weiß ja aber nix im Umkreis gar nix hier keine Höhle leider ich grab' trotzdem den Dreck hier weg weil manchmal sind dahinter Sachen außerdem ist Dreck immer gut Dreck ist immer gut ne Dreck ist der universellste Rohstoff in dem Spiel der hat die alle schon ne Eisenhacke ja ja Eisenhacke ne hab' ich nicht und Krippleks hast du eine ja ich hab' eine ja ich hab' eine okay aber ich verstehe da mal einen gebaut schnell ok danke dann nimmt das Eisen raus und bauen dann noch was anderes für uns wenn ich finde nur Kohle bis zum Abwinken dann baue ich noch schnell zwei Eisenschwerter äh wie brauchst du auch noch ein Eisenschwert-Tripple mhm na ich mach mir selbst einen ich hab immer noch mein Holzschwert in Benutzung weil ich das irgendwie nicht benutze ne war ja auch noch gar nicht ich benutze es auch so lange bis es kaputt ist mach ich auch immer mach ich auch der Ofen brennt einfach so vor sich hin ok da ist die andere Kohle drin die guck ich in die Kiste ja ich hab' meine ganze Kohle erstmal in den scheiß Ofen rein die haben jetzt 24 Kohle insgesamt ähm Stinka äh wo bist du da unten Kohle sammeln ja hier ist was für dich wir haben das Eisenschwert und die Eisenhacke oh danke grad in dem als meine Holzhacke grad als meine Holzhacke kaputt geht gibst du mir die Eisenhacke rein lass mich mal raus hör auf zu schlagen ja mhm ich baue hier mal einen schönen Boden rein aus Dreck und Stein Kohle und Dreck in den und Fackeln hab ich auch noch reingetan und Stein ach wieder Kohle hier Kohle ist hier boah aber wie viel ey oh cool Eisen deswegen sag ich immer Dreck abbauen wo ist Eisen aber nicht unbedingt viel Eisen ich hab schon abgebaut achso ich benutziere meine Holzhacke bis sie da im Eimer ist n 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 m n n n nur raus ob es Tag ist ich geh ich muss eh raus weil ich wer dafür ja es ist Tag aber es pisst ich wäre dafür wir holen uns mal was zu futtern machen uns bett mir wollte ich auch gerade machen Skelett zwei Stück wo eine gescheite hier unten Ah ich hör's Au ey ich 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 gehe jetzt nicht in Kampf ich bin sowieso fast tot erstmal Wolle ja und ja ich hab schon drei Wolle für ja ich hab hier oben auf dem Schaf gesehen das krall ich mir aufs Meer und dann gehe ich auf Ja Schweine aber dringend ja ich hab noch zwei Herzen wegen dem dumm Skelett eben Ah Looky direkt hinter mir Skelett ich kreis mir ich hab nur zwei Herzen deswegen bin ich gerade sehr sehr wow mich killts gleich renn zurück ein Herz ein Herz ein Herz ein Herz ich bring ihn um Skelett Zombie hinter mir ja da kann ich jetzt nicht raus ich bin in der Höhle und versteu erstmal meine Sachen wo ich für andere Formen keine Ahnung wo der hin ist ey ich gebe mir nur kurz Schuss Schuss bis ich in der Höhle drin bin ey da bin ich nicht verreckt wenn ich ich tue meine Eisenhacke ich tue meine Eisenhacke unser Fall und ein Herz verliert bin ich tot ich nehme mein Eisenschwert und tue jetzt alles da rein was ich nicht brauche außer das Heusschwert ja Eisenschwert baue ich eigentlich auch nicht also die Werkzeuge oben sind von mir die hier unten links sind von mir und oben rechts von mir oben rechts ist gerade kein Platz aber jetzt ist da was soll das wieso machst du einzelne Stücke Dreck bist du blöd als Grenze meine Fresse was sollte das jetzt als Grenze jeder macht mit dem Dreck was er will ja primär ey so wieso habe ich auch immer Pfeil da was weil irgendjemand gerade was reingetan ja jetzt habe ich einen Knochen ich gehe jetzt und jag jetzt mit Zeug ey wenn ich was verliere dann neun Fackeln ne Schaufel und ein Schwert aus Holz der Ofen schmilzt grad ein bisschen Eisen was auch immer das für ein Geräusch eben war keine Ahnung die Fackeln da gehören auch mir die ich da rein habe eben wenn ich jetzt das verliere ah geil Leute 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 ich habe ganz viele Kürbisse gefunden ich bring die alle mit wo bring sie um ja ich bin ja gerade dabei es kommt ein Zombie und beißt mich in den Arsch von der hinten ey Schwein Schwein Töte es es hat zwei Ohren es hat zwei Ohren ey die beiden fresse ich jetzt die beiden Dinger ich brate sie und fresse ja wie viel Herz hast du zwei ich habe eins das das paniert ne ach scheiß auf ich verbrenne meine Holzaxt geht gar nicht seit wann geht das nicht mehr seit der 1.6 der Version halt voll schwul ich habe ne Idee wie wir noch Futter bekommen nehmen wir die Seeds und pflanzen die an mit Knochenmäht du müssen zum Wachsen bringen genau so machen wir es genau so machen wir es genau genau heiß kalt wenn ich jetzt fertig kriegen irgendein wie ist der Baum da gewachsen wie so ne Grupp ey irgendjemand textet mich über Steam an keine Ahnung wer oder was Leute ich würd sagen jeder ich würd sagen jeder macht ne eigene Kiste dann für seine Sachen jetzt noch nett ey ja aber später halt nur für die Werkzeuge und so die man nur verstaut hat wir machen ja über 200 Folgen ist doch scheißegal ob wir da ne Kiste für ihn haben oder nicht ist doch egal weil wir sowieso das Ding alles zusammen lusen ja stimmt auch wir machen ja über 200 Let's Plays warum ist hier Grafik fail for the win einfach mal schwarz ok Schatten total verkackt hier ich hol's mal den Baum ab wo ist die Höhle ich finde die Höhle irgendwie nicht mehr ich mach mal dass man die Höhle immer findet WTF ich hab grad übelst nen Grafik Bug ich holz es ab es verschwindet und es steht immer noch da das macht mir Angst ich verpiss mich von hier Grafik fail for the win da wär's da ist ein Baum ich holz'n ab das Stück ist angeblich weg aber und warum ist die Gegend so schwarz äh keine Ahnung es macht einfach bei dir grad alter im Ernst ich ich hab ein Stück vom Baum abgeholzt das Holz ist rausgekommen aber ist es noch ich seh's noch und kann noch durchlaufen aber ich kann's nicht abholzen lol WTF wisst ihr wie gruselig das ist das ist schon Horror ne Horror Psycho Horror Puh dieses Psycho Huhn noch irgendwo 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 sieht oder sowas äh was das ist voll hier da bei dir ist es genauso du stehst den Baum drinne bei mir bei mir stehst du mitten im Baum drinne jetzt nicht mehr weil da oben das Stück was du abkollst hast ist bei mir noch da zumindest von außen die äußere Textur sehe ich noch ja ich hack einfach mal durch den Baum durch der anscheinend gar nicht mehr existiert lol also ich pflanze jetzt da oben Seeds ane ich rejoin mal kurz Leute ich rejoin mal kurz also starte Minecraft komplett neu bis gleich jo ich rejoine und bin wieder da hi hey wir haben jetzt 10 Eisen unten in der Kiste ich mach mal ne zweite Kiste ich hab mal ein bisschen Sand hier ab ich hab mal ein bisschen Sand hier ab beziehungsweise ich organisiere mal die Kisten wir haben jetzt eine Kiste für den ganzen Kram und eine Kiste nur für die Werkzeuge ja ich hab jetzt neun Getreide da mach ich mal ein paar Brote draus und halme mich mal brauch jemand noch ein bisschen Lobby lol komm mal her komm mal her was brauch ich what the fuck komm mal her guck dir das mal an ich bin fast reingeflogen ja der ganze Boden bricht hier ein will auch sehen ich komm gleich das sieht voll Hammer aus aber what the fuck das kann doch gar nicht sein so nah an den Erbboden brauche ich noch jemand was zum Heil denn nein wenn man jetzt hier irgendwas anhalt würde der ganze Boden einpressen so ich komm wieder raus und will sehen was ihr so what the fuck findet guck dir das mal an oh es wird dunkel ja ich komm her ich bin da fast reingeflogen hab er hier grad abgehakt Lava-Grube wow Lava-Grube wow Lava-Grube Alter da ist Sandstein ey wir haben einen perfekten Mülleimer hier hm dann werfen wir dich gleich mal rein ne ich hab nichts wertvolles dabei der Kürbis hin ähm hast du hier schon angefangen Sachen zu planten ist gut ja ich hab schon drei Brot gehabt ich hab zwei gefressen damit die wieder mehr herrschen ich kenn noch schnell das Schwein hier oben und dann können wir was für sich ich würd sagen nachts gehen wir runter oder in die Höhle und graben ich geh runter ich hoffe meine Sachen sind noch alle in der Truhe drin Belegschwein da kommt nix raus und dort nicht schon direkt Eisen wow ein paar Diamanten Spaß ja aber wer das Eisen jetzt abbaut ist ziemlich bescheuert weil wir uns da irgendwie nen Weg runter bauen ja aber erstmal schlafen oder? darf ich von dir Fackern nebenstehen kann ein paar ähm komm du wahren da da muss irgendwo ein 64 am Batzen sein der ist eigentlich für alle da ja weil ich hab nämlich keine Progen da ja die eine Kiste die alte ist jetzt die nur für die Werkzeuge und die nebendran ist die für den ganzen anderen Kram da sind noch keine Ahnung was ja da sind ein Haufen Fackeln die kannst du nehmen wie du willst ich hab ich brauch 8 Fackeln so und dann hey kommt Leute genau jetzt hab ich ne Idee nur so mal aus Just War Fun einen für dich was machst du was machst du guck mich mal an Hahahaha Sitzt man auch und da liegt noch einer Hahahaha Ich brauche einen Schuppel Hahahaha Einfach als Rüstung an den Kopf packen Dann hast du einen Kürpiskopf Hahahaha Alter ich sehe nichts Dann gib ihn mir Dann mache ich Fackeln äh ein Lichter draus Die sind nämlich doppelt so hell Dreimal heller als eine Fackel So hier ist mein Bett Da penne ich Warte da muss noch mal eine ganze Wolle Achter Ja da ist die andere Kiste für den ganzen anderen Graben Sag mal, sind da Vögel im Hintergrund bei euch? Bei ihm schon Ich glaube es ist in der Fall zum Kopf wieder auf ey es ist lustig Wo kommt Sand und Wimmel rein? Ja die eine Kiste da ist nur für die Werkzeuge gewohnt Und Fackeln und so ein Gramm Hier ist der ganz andere Scheiß Okay dann kann ich gleich gleich mal Es rennen ja alle wie Kürbisköpfen rum Das ist so dumm Das ist so dumm Das zählt aber leider nicht als Rüstung Warte, Lucky Ich bin ein Zombie Ich bin ein Zombie Das ist voll scheiße, ich seh nix Ich mach mir ne Fackel draus Und ich pläten die dann aus Ja ich mach noch eine, wir pläten die außen ums Haus Lass mich hoch Außen um den Eingang Da liegt der andere hinter dir Reicht das so? Mhm Ohne Scheiß Das klingt nach Wellensittich oder Kanarienvögel Er hat ja äh glaub was war das Kanarienvögel Oh ne Wellensittich war's oder? Das war ähm Blue Blower Das war schon auf einem Feld drin rum ey Voll uncool Oh man das scheiß Feld ist voller Marsch Ja ach nee Das war volle Schnecke am wachsen ey Geht der gar nicht ey Naja umzornen Komm ich bau und zorn Und umrandet ist dann Ja ich geh die stecken auf die ich hab Frau ihn nicht Okay Kotzen Kotzen Bleh Symbol 6 Toll Ja egal ich hol aus der Höhle Da da rennen 2,3 Kripa rum übrigens Aber Aber Also nicht aufschrecken die Viecher Nee ganz sicherlich nicht Toll jetzt kommen sie reißen an Machste tot Wenn du hin rennst dann Ich mach mal ganz viele Stecken und dann mach ich da auch noch ein 2 Zäune Dann müssen wir mal wieder Holz holen 2 Zäune die geb ich dir Stinker So wie geht Zäune eigentlich nochmal hab ich jetzt ganz vergessen Ähm die ohne ersten 6 mit Stecken ausfüllen Ja okay gut mach ich auch gehört Ey äh Stinker Okay es sind jetzt 18 Zäune die sollten reichen oder? Machen noch mehr Ich hab die Stecken gegeben Ja seh ich grad Wo das andere Holz hin? 28 die reichen jetzt aber echt Ja ich hab das Holz noch einstecken Es ist noch 32 übrig deswegen hab ich gesagt wir gehen Holz holen Moment Moment Mein Eisenschwert Meine Eisensachen lass ich hier also bis auf das Schwert natürlich Ja ich nehm das Schwert mit damit ich die Creeper töten kann Ja das ist ja nehm ich ja mit das Eisenschwert aber das andere was ich nicht brauche das ich hier Ja okay wenn man verreckt ist es eh nicht weit aber trotzdem Okay hier ist grad irgendwie still draußen Da gab es schon wieder ein Huhn auf deinem Feld rum Dein Kill Braucht jemand was zum Hallen noch? Ja das Huhn das ich grad getötet hab Ja Trippi hier haste ein Brot Ja was ist ein Beleg drauf? Äh wie kommt man dann rein? Ja ich mach jetzt auf hier Und zwar hier Mh beim Kürbis oder hier drüben? Jetzt weiß ich was ich holen wollte und zwar die Hacke Ich wollte dann nochmal das frei machen So hier ist der Eingang Ich verschönere da mal unser Haus Weil so irgendwie kapiert das? Dass es hier rein muss Mhm Ne vielleicht ne vielleicht schon Wer weiß So Bleibt jetzt so Die rennen wahrscheinlich eher außen rum und durchs Wasser hin Dann müssen wir jetzt im Wasser auch noch umzäunen aber ich hab nicht genug Zäune dafür Ich auch Soll ich Zäune bauen? Ich hab genug Stecken ne? Ja ich sammel jetzt Holz Dann bau mal ne Tür Oh lol Hab ihn hinabgefaffelt Ja ich sehs Ich hab's grad gesehen Tierquäler Ja Tierquäler die armen Vögel Na Wolke Das Land kaputt machen Hast du was gegen Vögel? Ich nicht Vögel sind cool Ich mach Vögel Außer wenn die auch bleiben Ich stopp jetzt mal da Was für die Spinne durch das Loch reingefahren Genau auf meinen Kopf ist so ein Headcrap Hä Komm Spinne ich messer dich Ich messer dich Ich knife dich Ha Wird's schon wie der Held oder was? Ja freilich Kommst nicht an mich ran Kommst nicht an mich ran Kommst nicht an mich ran Du dumme Spinne Hast nix drauf oder Hast nix drauf oder Hast nix drauf oder Kannst dir nix bieten Waaaa So was ist Triple Da schon kommt so ein Zorn hier eingetraunt Hä Mach mal Ich mach mal schnell die Schaufel aus Und mach da mal ein bisschen Platz hier Volle Knack Irgendwie ist das seltsam mit der Tür an den Zaun Aber egal Ich baue doch einfach zwei Wetter ein Mit Holz Oder Stein an der Seite Hab ich jetzt auch vor Also ich Das Ding hat jetzt hier den Eingangsbereich Ich hab ganz zufällig genug Holz gesammelt Um 64 Blöcke draus zu machen Das ist aber anscheinend mit der Lave hier eine große Höhle Der ganz unten ist nämlich noch eine Monster-ID Cool Ich geh jetzt mal da runter Ich werde jetzt sehen Ja ich will mitgehen Aber irgendwie verkacke ich's grad mit der Tür Sag mal ist es sicher das Eisen abzubauen? Nee, oder? Keine Ahnung Ja, nee, weil das wird es sofort hin wieder Ja, ich Ich kümmere mich drum Wieso habe ich Damage bekommen? Wegen dem kurzen Sprung kriege ich Damage Fick dich Scheiße, ich brauche Stein Du müsst nach unten bauen Guck, drück mal F3 Dann siehst du da unten die Monster-ID Wo, wo? Ja Wieder runter dann siehst du da was Wieder runter dann siehst du Ja, ich seh's Ja, ich will erstmal hier Stein abbauen Damit ich an das Eisen reinkomme Ich geb dir Stein, wo bist du? Ich komm zu dir runter Nein Ich bin grad unterwegs zu dir Ich bin bei der Lava Ja, ich weiß Ich hab Stein Hier ist ja genug Stein Oh Hast du auch? Ja, genau da habe ich auch Damage bekommen Ich nicht Ah Kiesfail würde ich sagen Ja Also ich baue jetzt das Eisen ab Und ich baue dann eine vernünftige Treppe runter Ja, eine Treppe, baut Treppen am besten Warte Und ich baue schon mal nach unten Ah, schon Badrock hier Spaß Da steht was für dich in der Ecke Da Kannst du Treppen draus machen Äh, unklug, ich wollte gerade Holztreffen bauen Sehr merk ich gerade, unklug Bei Lava-Treffen, also ich weiß Ja, ich weiß Ah, scheiße Ich hab meine Eisenhacke nicht dabei Egal Brauchst du eine Hacke von mir? Nein, ich hab eine Steinhacke Ich wollte nur sagen, falls wir was finden Was man mit Eisen abbauen muss Kann ich's nicht abbauen Pass auf, da geht's runter Das ist ein Zombie